Ein herzliches Willkommen zurück beim dritten Teil von Deadly Premonition, dem Directors Cut. Und zwar geht es heute hoffentlich etwas normaler zu, als in der letzten Episode. Das war ja schon recht bizarr. Ich hoffe mal, jetzt wird es besser. Oder was heißt besser? Ich hoffe mal, jetzt kommt ein bisschen Ermittlung in die ganze Geschichte. Gott, das sieht ja echt nicht hübsch aus. Ich sag natürlich ewig hin, bis ich da bin. Muss ich da echt zu Fuß hinlaufen? Das wäre nicht so geil, weil der gute York schwitzt doch bestimmt in seinem Anzug. Okay, ich denke mal, da sind wir doch recht schnell hin. Ich kann jetzt endlich mit Controller spielen und da freue ich mich doch sehr drüber. Weil ich spiele sehr, sehr gern mit Controller. Ich werde mal Vorlauf machen, bis ich, oder, nö, Vorlauf ist nicht nötig. Dafür ist das denn doch zu kurz der Weg, um da wirklich Vorlauf zu machen. Darum einfach mal so hinlaufen und die Zeit ein bisschen mit Sappeln überbrücken, hätte ich fast gesagt. Gut, das ging jetzt schnell. Okay. 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 Letzt, bitte. Okay. Ich bin der Sheriff, George Woodman, nennen Sie mich George. FBI Special Agent Francis York Morgan. Bitte nennen Sie mich York. Das ist das jeder. Können Sie mich erzählen, warum die FBI so interessiert in eine kleine Stadt? Ich sage nur, dass es ein persönlicher Interesse in den Körpers von jungen Frauen ist. Ich bin immer noch für neue Sample-Cases, um mit meinem Profil zu helfen. Both unsere Superioren haben das mit einem anderen geschehen. Du kannst in der Hand. Du hast keine Probleme mit dem, hast du? Nein. Keine Probleme. Ich möchte einfach alles klarstellen. Unsere kleine Stadt haben ihre Probleme. Ich bin derjenige, dass sie eins zu einschalten. Und behalte Frieden und Ordnung. Du kannst deine Profilung-Sample machen. Aber ich brauche, dass du das verstehen kannst. Natürlich. Natürlich. By the way, George, ich hatte ein bisschen accident mit meinem Auto. Kannst du jemanden senden, um es zu machen? Oh, und meine ... ... clothes und luggage sind noch drin. Okay. 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 Ich versuche meine Assistentin Thomas, um es zu machen. Okay. 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 Ich hoffe, dass du das verletzt hast. Ich hoffe, dass du das verletzt hast. Agent Morgan. Und wir werden die Investitionen verletzt. Du denkst einfach das als eine Vacation. Geh es einfach. Enjoy die Natur hier. Du musst nicht sein, ein Böge-Worshipper, um die Wild-Life zu verletzten. Ich versuche die Situation. Es gibt keine Cavemen hier. Wir sind so weit entfernt als die Mittel-Age. Und wir haben gerade den König. Wir haben gerade den König. Wir haben gerade den König. Und wir haben gerade den König. Geräusche. Super! Den Prolog hätten wir mal eben beendet. Und nun geht es weiter mit Kapitel 1 eventuell? Ich meine klar. Unseren guten Agent York hält man auch nicht für gestört, wenn er ständig mit sich selber Ich werde noch mal drüber speichern und es geht weiter mit Deadly Premonition. Jetzt lass mal was sehen hier. Das ist schick, das muss ich eigentlich... Es ist... broken. Ich habe das schon lange benutzt. Warum hast du es nicht repariert? Das TV ist wichtig für dich, richtig? Es hat einige memories attached to it, sure. Ich habe die Musik auf dieses Ding mit deinem Grandma all the time. Grandma liked movies? Of course she did. Everyone loves movies, right? Ich liebe movies, too. Ich bin viel zu selten im Kino. Let me tell you. Episode 1. Erste Tag der Ermittlungen. Ganz gar fein. Objekt nehmen, was haben wir hier? Angel Isaac. Was haben wir hier? Gezuckerter Donut. Nehmen wir. Weil wir kriegen ja sicherlich auch mal Hunger während der Ermittlungen. Und Donuts sind ja immer sehr gern genommen. So, was haben wir hier? Was kann Agent Cooper... Entschuldigung. Agent Morgan hier noch finden. Nichts wie es aussieht. Okay, denn jetzt raus und weiter. Was ist das für eine Tür? Die Tür ist nicht verschlossen. Und die andere? Oh, hier kann ich... kann ich sneaken. Der hält sich sogar die Nase zu beim Sneaken. Lustig ist es. Okay, diese Tür ist verschlossen. Hier geht es nicht raus. So, aber das mit der Zusammenfassung, das wäre eigentlich ganz cool, wenn man das vor irgendeiner ersten YouTube Episode dann auch wieder bringen kann. Das wäre fetzig. Aber dauert ja halt immer. So, weiter jetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss noch mal kurz das Layout begucken vom Controller. Ich habe das nie so richtig im Kopf. Ich bin bei der Xbox nicht so bewandert. Also das hier ist immer noch am PC, aber ich spiele jetzt mit Xbox. Xbox Gamepad. Jörg! Jörg! Schau! Ich bin mit der Scripture. Spannende ich, dieh. Ich bin mit dercussion. Ich bin mit dabei. Ich bin mit dem Tommen. Ich bin mit dabei. Okay. Also riechen die nur den schlechten Atem. Geh weiter. Geh weiter. Ist schon ein bisschen bizarr, das Ganze. Who are you? Okay, wer war das jetzt? War ich das im Kleinen? Der kleine York? New York quasi. Also die Erzählweise ist wirklich sehr langsam. Aber stört mich persönlich jetzt nicht. Zack, der Symbolismus in meinen Träumen weiterentwickelt. Eine Bäume mit roten Trennen. Ein Karpett mit roten Läufen. A strange doll. And twin angels. But that child is what bothers me the most. I swear I've seen him before. I just can't remember where. Well, it'll probably come back to me eventually. For now we need coffee. Und Kirschkuchen. Kaffee und Kirschkuchen. Let's head to the cafeteria, Zack. I hope they have some real coffee. I really need some coffee. Then we can head to the Sheriff's Office. Ganz genau. It's a proper procedure for everything, right, Zack? So, ich gucke mich aber erstmal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Was ist das? Meine andere Kleidung ist hier drin. Das klingt sehr gut. Klamotten sind immer fesch. Nehmen wir das hier oder das hier. Nein, ich bleib beim klassischen Agent Cooper Outfit. So, was haben wir hier noch? Ich sollte das Hauptquartier auf dem Laufen halten. Ach, da, da speichere ich. Okay. Muss ich ja jetzt noch nicht. So, was gibt es hier? Kann ich hier rein? Ich kann mich tatsächlich rasieren. Das ist ja abgefahren. Kann ich auch kacken? Eventuell? Wäre das nicht abgefahren? Take a dump. Nein, schade. Kann ich nicht. Aber rasieren kann ich mich. Und das, meine lieben Freunde, sollte sein. Ein gepflegter Dreitagebart oder ein Dreitagebart ist schön, aber auch dieser sollte nicht vernachlässigt werden. Ab geht's. Spannung, Freunde. Grenzenlose Spannung. So, genug rasiert. Seht zu, dass du da wieder wegkommst. Wir wollen jetzt in die Cafeteria. Oh, dafür hat es sogar Geld gegeben fürs Rasieren. Wenn es auch mal in echt so wäre. So, dann geht es jetzt runter in die Cafeteria. So, nochmal für alle, die da draußen zusehen. Dieses Spiel ist kein Action-Spiel in dem Sinne. Das hier ist mehr ein Adventure. Also jetzt keine Bombast-Action hier erwarten. So, was ist das hier? Das scheint die Hotel-Lobby zu sein. Da kann ich auch nochmal speichern. Das waren Telefone. Oh, hier kann ich fernsehen. Schauen wir mal rein. Wetter überprüfen. Heute ist ein schöner, klarer Tag. Ideal zum Spazierengehen. Auch das gab Geld. Und was haben wir hier? Mikrowelle. Ist ein Ei drin. Packe ich in den Kasten. Das kommt in den Kasten. Ein Ei. Yay. Super. Ich freue mich. Ich habe ein Ei. So, und jetzt aber ab in die Cafeteria. Ist noch recht früh, was? Ja, ungefähr 7 nach 7. Nee, ist nicht die Originalzeit. Hätte ja sein können. Good morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Und dann kam Polly. Polly will ein Keks. Is everything all right, Mr. Morgan? Yes. It's delicious, Polly. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The salts in that white shake are there. Thank you. I was wondering if I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh, my. We're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh, my, Mr. Morgan, you're embarrassing me. So early in the day, too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space. Now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh, my. Well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything, anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Say, Polly, what can you tell me about this town? Well, let me see. You might know this already, but the town is called Greenvale. It rains here quite often, but it's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. Hmm. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. I suppose the clock on the community center is quite famous, too. The clock? Oh, yes. It's lovely. It rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. And you'll love it, too, I think. I look forward to hearing it, then. Anything else you'd like to know about? Yes, actually, Polly. Could you tell me about the shops around here? Shops? Well, there aren't many. It is a small town, after all. You can do most of your shopping at the Milk Barn convenience store. The couple who run it are a unique pair. I'm sure you'll get to like them. The A&G Diner is a great place to eat. They might be open even if my kitchen is closed. If you want to go to a bar, there are two. The Galaxy of Terror and the Sweary 65. I don't care much for either of them. Bars are for the younger folk. We also have a gas stand, of course. The art gallery and even a gunsmith. You should be able to find what you need. Thank you, Polly. Well, Mr. Morgan, I better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though. I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. Did you see that, Zach? Claire is a crisp spring morning. F. K. In the coffee. I knew I could count on it. Never fails. What's that? Then, let's get going. Okay. So, mein Telefon klingelt. Das ist Zeit für mich zu gehen. Das war die dritte Folge von Deadly Premonition. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Deadly Premonition. In diesem Sinne, macht es gut. Bis denn. Ciao. Ciao.